Es gibt Menschen, die umrunden die Erde und setzen ihren Fuß auf fremde Planeten. Jeder von uns hat diese eine besondere Gabe. Etwas, das ihn auszeichnet. Etwas, das eines Tages die Menschheit als Ganzes voranbringen könnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was wären Spitzensportler, Topmanager, ja was wären Leute wie Sie und ich, ohne diejenigen Menschen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, andere auf ihren Wegen zu begleiten. Sie körperlich und mental für ihre Herausforderungen zu rüsten. Selbstlose Menschen, stille Helden im Schatten, deren Gesichter keine Titelseiten von Sport, Mode oder Fachzeitschriften zieren, die jedoch Tag für Tag Großes bewirken. Es sind Menschen wie du und ich. Es sind die Schüler der DAA, der Schule für Physiotherapie in Lahr.